Hallo, mein Name ist Robert Knapp und das ist die Firma, die ich mitbegründet habe, CyberGhost VPN. Wir wollen Technologie für eine Welt bauen, in der Privatsphäre nicht zum vollständigen Witz verkommt, in dem Moment, wenn wir online gehen. Genau darum haben wir CyberGhost entwickelt. Ein einfach zu bedienendes, virtuelles, privates Netzwerk, welches kostenlos für jeden verfügbar ist. CyberGhost verschlüsselt eine Internetverbindung, sodass sich niemand aussprenieren kann und hilft dir, im Internet anonym zu sein, indem wir dich hinter einer unserer IP-Adressen verbergen. Wir sind schon seit geraumer Zeit in der Online-Sicherheitsindustrie und bis jetzt haben wir unseren Job gut gemacht. Frag einfach unsere 3,7 Millionen Nutzer. Unser 30-köpfiges Team von Sicherheitsexperten ist leidenschaftlich engagiert, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht. Wir sehen uns selbst nicht als einfachen VPN-Betreiber, sondern als jemand, der Privatsphäre als Dienstleistung anbietet. Wir speichern keinerlei Daten. Das ist auch der Grund, warum wir als sicher gelten können. Selbst wenn ein Hacker oder die NSE unsere Datenbank kopieren würde, sie würden nichts finden. Wo nichts gespeichert ist, kann nichts gestohlen werden. Jetzt wollen wir das Internet für euch noch ein Stück sicherer machen. Aber wir brauchen eure Hilfe, um das zu realisieren. Seit wir an CyberGhost VPN arbeiten, haben wir den Deal ständig verbessert. Wir haben ein Windows-Client gebaut, wir haben ein Mac-Client gebaut. Wir haben dann eine Version für iPhones entwickelt und schließlich jetzt ein Android-Client gelauncht. Jetzt möchten wir massiv in Hardware investieren. Wir möchten unseren ersten NSE-sicheren No-Spy-Proxy bauen, der es garantiert, dass eure Daten und euer Traffic vollständig sicher sind. Wir alle kennen die Gefahren da draußen. Genau deswegen schließen wir unsere Autos in unsere Wohnungen ab. Und wir alle würden unsere Geldbeutel niemals offen zur Schau tragen, wenn wir das Oktoberfest besiegen. Aber viele von uns sind sich den Gefahren nicht bewusst, sobald sie den Computer einschalten. Während da draußen die Gefahren offensichtlich sind, passiert alles im Computer und im Internet versteckt und im Geheimen. Wir haben viel zu lange das Internet für einen sicheren Platz gehalten. Also, wie reagieren wir darauf? Aufgeben? Sicher nicht. Und genau hier kommen wir ins Spiel. Dankeschön. Und verändern die Spielregeln. Keine unsichtbaren Datenspionen mehr, die in unserem Privatleben umschnütteln. Und niemand mehr, der versucht, unsere privaten Gespräche abzuhören. Genau darüber rede ich. Wir versuchen, unser ganzes digitales Leben zu verwandeln. Und genau hier kommt CyberOS ins Spiel. Wir versuchen, dem Riegel vorzuschieben. Und so funktioniert CyberOS V-Packen. Wir verbinden deinen Computer mit einem unserer Proxyserver, die wir weltweit anmieten. Wir verschlüsseln deine Internetverbindung, sodass niemand deine Daten lesen kann. Und wir verstecken dich hinter einer unserer IP-Adressen, sodass du im Internet vollständig anonym bist. Tatsache ist, die Rechenzentren, in denen wir unsere Rechner angemietet haben, gehören uns nicht. Wir betreiben einen riesigen technischen Aufwand, um sicherzustellen, dass diese Datencenter, diese Rechenzentren, nicht infiltriert sind. Außerdem, Rechenzentren sind nicht wirklich gebaut, um Proxynodes zu betreiben. Rechenzentren sind gebaut, um Webseiten zu hosten. Was wir brauchen, sind also nicht wirklich Rechenzentren. Wir brauchen Proxynodes, die auf Geschwindigkeit und Sicherheit optimiert sind. Wir wollen einfach besser werden. Wir wollen alle Zwischenhändler ausschließen und den kompletten Datenverkehr über unsere eigenen No-Spy-Proxy-Server leiten. Am Ende sollen dabei nur ihr und wir bleiben. Und genau hier kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt uns helfen, das Ganze zu realisieren. Und ich zeige euch jetzt was. In diesem Raum wollen wir den weltweit ersten NSA-abhör-sicheren No-Spy-Proxy-Knotenpunkt aufbauen. Diesen betreiben wir innerhalb Rumäniens, also innerhalb der Europäischen Union, weit weg vom Zugriff durch die NSA. Außerdem optimieren wir die komplette Hardware-Infrastruktur einzig und allein auf Geschwindigkeit und Sicherheit. Wir brauchen 100.000 Euro für Internetanschlüsse und Hardware. Unsere Lieferanten sind bereit zu liefern. An dieser Stelle brauchen wir euch. Wir wollen 50.000 Euro von der deutschen Community und etwa 70.000 US-Dollar von der internationalen Community einsammeln. Wir wollen erreichen, dass wir alle online sicherer sind. Wir geben dir die Kontrolle zurück. Ich ergreife jetzt die seltene Gelegenheit, mit zu entscheiden. Entweder akzeptieren wir, in einer Welt ohne Privatsphäre zu leben, oder wir handeln jetzt, um Privatsphäre für alle zu gewährleisten. Jetzt handeln! Ihr seid das Signal für die NSA, den Bundesnachrichtendienst, den englischen Geheimdienst und für unsere Regierung, dass Privatsphäre im Internet gewollt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 月nachrichtendienst.